Hallo ihr Lieben Jetzt machen wir weiter mit unserem vierten Teil Fan Geschenke von den Fan Treffen Heute ist Mannheim dran Wir haben jetzt extra gestern mal einen Tag Pause gemacht Heute Mannheim Morgen oder übermorgen machen wir dann unseren letzten Tag Stuttgart Mach doch gleich mal das Auto in der Hand Also da Einmal das da Das schaut ja schon mal ganz gut aus Das sind Smiley Pralinen Happy Pralinen Cool Ups Das haben wir bekommen Und zwei Bonbons waren drin Ja nicht Von Hustl Auch von der gleichen Konfizerie Ich meine vielleicht die Tüte auch Okay Also danke an den Spender Das werden bei uns auf jeden Fall gegessen Leute auf jeden Fall Guckt euch mal das mal an Haufen Kaugummis Fünfmal Kaugummi Fünfmal Kaugummi Und einmal von Getränk Bubblegum Tutti Frutti Berry Twist Ja die magst du auch gell Ja Ich auch Ich liebe die Kirsche vor allem Das erinnert mich immer so an die Kindheit Die Dinger da Und Cola Cola Die hab ich dir mal geholt hab Für was weiß ich Zwanzig Penning Und ich lieb ja am allermeisten Eben Weil mir Schwenk ja am allerbesseren Genau Und das war auch noch drin oder? Ja Das sind so Buchstaben Für Buchstabenketten machen Und Anbänder Und was ist da? Nochmal zwei Bonbons Nochmal zwei Bonbons Und Seenst du? Das könntest du jetzt nicht sehen wenn ich drin Also Sude 10 Miley 6 Su-ha-ya Ich kann den Namen jetzt auch nicht lesen Se-ha 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 Von Sena Ne Das steht jetzt hier für Miley Sena Sena Alles klar Schön Und da waren die tollen Sachen drin hier Kaugummi Und so weiter Oder war das draußen liegen Das war da drin gell? Ja Schöne Tasche wieder Die sammeln wir mittlerweile Die schönen Darin entsteht was Papa Es ist von außen durchgedrückt Für Milet von Sina So, ich lese da mal Ich will das Fäng mal an Wir haben bekommen Das hier Milet von Sina Scherbe Milet ist beschäftigt Dann mache ich hier weiter Also Das hat sie schon mal weggeschnitten Sina Wir wünschen euch ja immer noch eine Sina Sina Und das Hast du heute schon eins getrunken Ja Das liebt sie Brauchen wir nichts Was steht da Nein, von Paula Ich mache gerade auch Von Alena Für Milet Ein Brief Banana 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 Minion Hallo cute baby Milet Und family Wow Und family fun Mittlerweile kenne ich euren Kanal Und ich finde ihn super Ich habe Eine Bitte Könnt ihr mich grüßen Alena Ich grüße dich dann hier Ganz liebe Grüße aus Augsburg An dich Nach Mannheim Schmuck Schmuckbox zum selber basteln Na cool Boah da hat man aber einiges zu tun Boah 900 Teile Oh Gott Das gibt aber ein langes Video Ja ist so eine weiße Box Und die ganzen Dekosachen sind dann wahrscheinlich mit dabei Und die klebt man dann da drauf Die sind bestimmt selbstklebend Und dann füllt man es Ja da brauchen wir ein Wäldchen 900 Teile Ist man noch abend lang beschäftigt Mal schauen Vielleicht machen wir ein Video drüber Baahna 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 Na 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 Banana 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 Also Alena danke Und danke an die Paula Weiter geht's Superman Genau du machst das auch Ich machst dabei den Brief auch noch Der hier leitet ihn Von Sevgi Sevgi Für Family Fun Bin ich so gut in dem türkischen Namen Und ansprechen Hallo liebe Family Fun und Cute Baby Millet Ich wollte euch sagen Dass ich euch ganz doll lieb habe Ich liebe euren Kanal Family Fun und natürlich Cute Baby Millet Der Kanal für Kinder Ich schaue immer eure Videos Naja sehr oft sage ich mal Ihr seid eine süße Familie Eure Videos steht der Hammer Ich weiß nicht wie oft ich das sagen kann Ich habe eine Bitte Es wäre ganz doll lieb Wenn ihr mich grüßen würdet Die Millet ist sehr sehr süß Eino ist sehr hübsch Der Chian ist ein Gangster Der Robert ist sehr witzig Danke Millet bleibt immer treu Cute Baby Millet Der beste Kanal für Kinder Family Fun Eure Sevgi Also ganz liebe Grüße natürlich auch von mir Und von der Millet Ja Auch nach Mannheim denke ich mal Aber in den sonstigen Videos grüßen wir nicht Das wünschen sich einfach viel viel zu viele So machen wir weiter Ich mache mal den gleich Wow Figur Baby Millet Hat sie das nicht gut gemacht Schön gebastelt Mit Überraschung für Millet und Lothar Für mich und Lothar Pass mal auf Nicht auseinanderreißen Schau mal an der Seite rein Ob da was drin ist Jetzt gehe ich mal auf Ja aber nicht reißen Ja okay Das geht nur Ein kleiner Schwamm ist das Hui Dann darf ich Lothar sich freuen Weil Lothar liebt Marienkäfers Ehrlich? Ja Man sieht doch mal die Schacht Das ist ja, man sieht die hier Da liebt Marienkäfers So Der Karton kommt Von der Trommelwirbel Selin Liebes Gut Baby Millet Ich liebe eure Videos Aber Aber auch die von Family Fun Ich bin Selin Ihr kennt mich bestimmt schon Denn ich habe euch schon Zwei Briefe geschickt Für mich und Lothar Ui Ist auch selber gemacht Da hat jemand Talent zum Basteln Ja Könnt ihr auf meinen Kanal vorbeischauen Viviana Cool Kids Kann Millet meine Freundin sein? Ja Ja Sie wäre gerne Freundin Klaro Aber Ich habe das schon ein paar Mal gesagt Die Entfannung ist natürlich sehr sehr schwer Eine Online Freundin Für alle Kalorien 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 Und Kalorien Ja Ist bei uns richtig In der Family Wir essen viel Süßes eigentlich Ist zwar nicht gesund Aber Das macht man nicht alles Family Einmal die die Perle Ist leider ein bisschen geknickt Aber noch hält es zusammen Kalorien Ja Kalorien Zucker Karies Karies Speckschwarten Aufhören Okay So Ja Für das Dass wir viel Süßes hier essen Sind wir alle dünn hier Bei uns Also Darum gibt es auch einen dicken Flumi Dann gibt es auch einen dicken Flumi Was ist der noch Nix Hey da ist ein Stein Ein schöner Stein Ein schöner Stein Oh Ein schöner Stein Und der Stein kommt in eine Hülle rein Und der Stein fällt nie mehr raus So Also Nochmal danke für die Sachen Und dann Mach ich mal das hier Mein Flumi Ist ein Flumi Oh da muss ich gar nicht viel aufmachen Das sind Blumens drinnen Einzelne Lums Hallo Bitte aufmachen Ja Hallo Ich hab grad genießt Du bist Ähm Ja Ähm Okay Wenn ich jetzt aufmache Dann fallen mir die Lums raus Ja Ich bin sein We love Family fun And cute baby Milay Einur Chian Milay Robert Bitte aufmachen Ich hab leider keinen Namen dabei Video Aber danke Kommt in unsere große Lume Tüte Und dann haben wir da schon mehrere Bitte im Video auspacken Das machen wir doch Euer Wunsch ist unser Befehl Fah Mille Famili Famili Faun Lass es mal auf die andere Seite Lass es da einfach drauf Oh Leo Oh Leo Oh Leo Lass es mal auf die andere Seite Lass es mal auf die andere Seite Lass es mal auf die andere Seite Hast du da überhaupt es gelesen? Nein, habe ich nicht. Für ein Uhr. Du bescheißt schon wieder. Ja, für Mama. Also, für Mama. Himbeer-Vanille-Maske, Peel-Off-Maske. Habt ihr sie erst gesehen auf Snapchat mit der Maske oder Instagram? Hammer. Das passt dann schon. Das ist für Lotta. Und Dusche-Glücksgefühl. Das ist für Lotta. Guck nicht hin. Das ist für Lotta. Ja, für mich wird es nicht sein. Das ist für Lotta. Oh, das ist doch für mich. Warte mal. Ja, passt hier doch. Passt. Für Lotta. Für Lotta. Spaß für Milet. In Berlin von Girls. Aprikose. Aprikose in der Hose. So, das hat Milet bekommen. Oh, das steht da für Robert. Ja, steht auf jeder Seite. Da steht einer drauf. So, jetzt mache ich mal den Brief auf. Milet hat genug zu tun hier. Pack mal das für mich aus. Komm, für Robert. Was ist für Robert? Was ist da? Für Robert. Da wird ein Minion drinstecken. Das ist noch für Türen. Und dann haben wir noch einen Riesenwinkel. Das ist für mich. Und noch einen. Für alle neun. Noch für mich darf es sein. Hallo. Wir würden uns super freuen, wenn unser kleines Paket ins Video kommt. Ja, für jeden gibt es ein kleines Geschenk. Milet ist super süß. Ein nur ist sehr witzig. Türen ist richtig unterhaltsam. Und Robert ist sympathisch. Danke. Wir haben uns sehr Mühe gegeben. Hoffentlich sind wir im Video. Na, klaro. Mit Brief. Und den ganzen tollen Satz. Ja, nicht ins Gesicht, Mausi. Hallo, wenn ich jetzt meine Augen aufgemacht hätte. Das ist ein Deo. Das ist nur ein Deo. Ich habe dir voll dabei. Den springt man nicht ins Gesicht. Das macht nur meine Tochter sowas. Was ist denn? Das ist alles weiß. Das ist jetzt alles weiß. Ach wo. Also, ein Deo habe ich bekommen. Danke. Meins. Meins. Mein Deo. So. Ich mache das für Chian auf. Und ich mache das für Lotta auf. Wer sagt, was das für Lotta ist. Das steht doch da. Chian hat Axt. Ein Ding bekommen. Und HGL. Danke. Können wir immer brauchen. Chian liebt dich. Darum stinkt es auch immer so aus seinem Zimmer aus, wenn er da morgens loslegt. Genau. Auf Jacken und Hosen und überall kommt es drauf. So, was haben wir noch? Ja, was ist denn das für ein Riesending? Balea Family Duschgel. Frische Energie. Wow. Schaut mal an. Dann können wir zum Glück. Sehr cool. Zum Glück können wir dann immer Bane. Tausend Schaffensamt. Wir haben eh gerade ein bisschen Duschgel-Mangel bei uns. Balea. Blätter-Grokant. Kann man auch noch bekommen. Wow. So tolle Sachen. Wacht, weiter geht's. Dann danke ich mal euch dreien. Denia, Hunia und Sarah für die tollen Sachen. Mir ist schon beim nächsten wieder. Tada. Tada. Dann können wir mal die Treppen runterlaufen lassen. Drum, drum. Warte mal. So. Von hier weg. So. Was haben wir da? Für ein Uhr. Oh, gleich draufgeklebt. Mama, was glaubst du? Mama, Mama, hab Hunger. Gleich, Milet. Da ist eine Geschichte drauf. Was glaubst du, was das für ein Tier ist? Ja, das sind doch die Jobohus. Ja, Mama, glaubst du, was das für ein Tier ist? Ja, nein, weiß ich nicht. Rino steht da. Nashorn. Richtig! So, das ist eine kleine Geschichte hier. Richtig, richtig, richtig. Mit was draufgeklebt zum Essen. Ja, Maus, ich hab's gesehen. Jobo, Snowy. Das ist für mich. Und das für euch. So, das Bonbon auch gleich weg. So. Also, was haben wir noch? Wir haben... Zwei Walnüsse. Die hängen... Mit Smiley drauf. Das ist mein... Für Robert, bitte im Fan-Treffen öffnen. Ja, das geht nicht. Könnt ihr meine Sachen im Fan-Post aufmachen, bitte, bitte? Ja, haben wir gemacht, somit. Hilfe. Für Milet. Für Milet. Für Milet. Für Milet hat man ein ganz tolles Logo gemacht von uns. Lego, Lego, Lager. Für Milet. Da ist noch was. Hallo. Pack mal erst aus. Komm. Warum ist es da drin eingepackt? Brief von Cute Baby Milet für Robert. Baby und Tina. Für Robert. Da sind Baby und Tina. Aber die und so... Darf vorgelesen werden? Ja. Ja, dann zeig's mal. Hallo Cute Baby Milet. Ich heiße Edda und bin sieben Jahre alt. Das ist für mich. Und schon jeden Tag eure Videos. Die sind echt spannend. Ich wollte sagen, ob ihr noch eine Pflicht- oder Pflicht-Challenge machen könnt, weil es sehr Spaß macht. Ich kann leider nicht Fan-Post oder Kommentare schreiben, aber bin auch ein Abonnent von euch. Macht weiter so. Liebe Grüße, Edda. Baba. Der beste Kanal der Welt. Baba. Ein cooles Ein-Uhr war noch. Eins, zwei, drei. Bin immer noch nicht fertig. Drei. Für Ein-Uhr. Das war das hier und dann haben wir das noch. Okay. Für G-Han Fußball. Oh. Oh, war auch gut gemalt. Ich habe auch gesehen. Was ist das? Wenn Fußball fällt. Und das ist ein Fußballspieler. Da steht sogar drauf. FIFA 7. Baba. Halt deine Ohren zu. Jetzt kommt jetzt gleich Metall. Ja. Oh, du hast ein Metallkorn. Ob ich nicht so laut war. Mausi, wir haben das noch nicht mal aufgemacht hier. Hoppala. Du es mal ganz kurz beiseite. Das war von vorher noch. Heute haben wir irgendwie keine Ordnung hier. Beeil dich. Ich muss schauen, wir sehen, wie lange war. Flushimushii. Wieder ein Glubschi. Ich nenn die langsam Glubschis. Weil die so glubschige Augen haben. Joho. Und Friends. Aber die sind schon total witzig. Schaut mal. Nett, gell? Sollte, eine Frage, wie könnte... Schreibt mal in die Kommentare, wie bastelt man sowas? Die kann man auch kaufen. Die ist gekauft. Man kann es zwar machen, aber die schaut zu perfekt aus fast. So, was haben wir da? Aha. Eine türkische Süßigkeit. Granatapfel-Geschmack. Boah. Das will ich nicht vergessen. Ja, sehr süß. Gummig. Ich kenn sie. Für alle. Da noch eine Haarspange. Wo kommen die raus? Noch eine kleine Klammer. Boah. Wie viele Sticker. Oh Gott. Tausend Sticker. Okay, in der Metallbox waren tausend Sticker, sagt Miley. Hundertdreißen tausend. Bitteschön, das sind die noch welche. Jo, wow. Da hat es auch noch welche. Das sind noch welche. Noch welche, noch welche. Wow. Müssen wir mal erstmal gucken, wo die dazugehören. Siehst du schon wieder? National Geographic, Elsa, Frozen und so Rewe-Sachen halt. Rewe und Monsters und Disney. Schaut mal an, den Stapel hier. Sticker. Und einmal It's a Prank. Und das war mal eine Dose von der Uhr. Okay. Wow. Danke für die vielen Sticker. Oh, du hast dich verletzt, mein Armer. Wir brauchen jetzt bloß mal die passenden Alben dazu. Die kriegt man schon halt nicht mehr. Dein armer Daumen hat geblutet. Ehrlich. Ja. So, was haben wir denn jetzt noch eigentlich? Das da. Was wird drin? Was hier? Wo war das? Kam es da drin? Mandalas für Milet. Ist ja noch gar nicht leer. Ein kleiner Block mit Mandalas. Ungefähr so sieben Stück. Oh, für Mama was. Selbst gemacht. Baba, guck mal rein. Modezeitung. Jetzt hat sich jemand wieder viel Mühe gemacht mit Ausschneiden. Und noch mal. Und die. Und noch mal. Und noch mal. Oh, da kommt was für uns. Good baby, baby, baby. Der beste Kanal für Kinder. I love you. Ich bin Sude und euer größter Fan und meine kleine Schwester guckt auf eure Videos. Ich bin zehn und meine kleine Schwester sieben. Aber alles wurde hier fast selbst gemacht, weil ich auch eine Fanpost mit gekauften Sachen geschickt habe. Habe alle eure Videos geguckt. Dieses Heft habe ich selbst gemacht und bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, euch gefallen die selbstgemachten Sachen und meine Fanpost, auch wenn nicht für jeden was drin ist. Melee finde ich total süß und Aino ist total hübsch und Robert, du bist total lustig. Und Chian, du bist auch der beste Bruder für Melee. Nein, du darfst nicht hingucken. Ach so, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass meine SIS Sena heißt. Diesen Brief habe ich selbst geschrieben. Ich liebe euch so sehr. Macht weiter so. Ihr dürft diesen Brief vorlesen, wenn ihr ein Video macht. Hier könnt ihr eure Videos, die ihr noch drehen werdet, nacheinander reinschreiben. Ja, sowas haben wir gerade vor mir. Wir fangen gerade einen Blog an. Oder so ein Buch. Diese letzten Seiten könnt ihr als ein Tagebuch nutzen oder ein Malbuch. Gut. Danke, Studi. Ich versuche gerade einen Hut zu machen. Hat uns natürlich gefallen, die selbstgemachten Sachen. Ich habe einen Hut. Da war ja noch was drin. Der Familie. Papa. Selbstgemacht. Papa, guck mal, wie schnell. Zauberer in der Familie. Papa. Zaubertüte. Papa, ich bin der König. Uh, König, König. Eine Tüte in der Tüte in der Tüte. Was ist denn eine? So, was haben wir da noch? Machst du das auch noch auf? Eine Tüte. Ich mach's mal auf. Ein Schlüsselanhänger. Selber gemacht. Da ist nix mal drin, Papst. Ein Lesezeichen. In einer Tüte. Ein Magnet. Selber gemachter Magnet. Eine Eule. Tüte ist keine Tüte. Oh, und da hat's Glitzer drin. Darf ich mal? Nein. Nicht mit dem Finger. Augen gucken. Dann schau ich wieder eine Glitzer auf dem Tisch hier. Später. Was ist denn? Okay, dann sind wir durch, oder? Was ist da noch drin? Mach mal das noch auf. Oh yeah, Party time. Mach's mal richtig hin. Gorilla mit der Sonnebrille. Oh, ist das kalt. Mit Blumenblümchen. Ist das kalt. Der ist leer? Ja, alles. Da war noch was drin. Tada. Für ein nur. Jetzt hab ich schon Zeit. Oh, schön. Wir nehmen zwei und ein Burger King Gutschein. Geht noch bis 30.04. Ein Brownie. Ein Hot Brownie mit Eis oder Sahne. Jetzt nur 1,79. Danke. Danke. Gut. Und das haben wir noch gehabt. Das ist dann das letzte von Mannheim. Das ist dann das letzte. Und zwar... Ausmalblock. Das ist dann raus. Ausmalblock. Ein schöner Tag. Wir können den Tag nicht verlängern, aber wir können ihn verschönern. Das ist auch ein guter Spruch, oder? Auch. Für mich war ein Logo. Aha, da hat sich jemand die Mühe gemacht und das Buch individualisiert. Okay, dann lass mal kurz zeigen. Und das ist da hinten so. Oh. Oh. Oha, so cool. Liebe, ich würde mich übernehmen. Wir hoffen, dieses Buch hat euch gefallen und wir würden euch viel Glück und viel Erfolg wünschen. Liebe Grüße, Nadine und Nathalie. Nadine und Nathalie haben uns ein Buch gemacht. Ein Filibuch von McDonalds, glaube ich, ist das. Und haben da dann immer noch Bilder reingemacht, extra. Eine Grafelle. Könnt ihr dieses Buch in... Wir wollen eine Geschichte lesen. Fun-Paket-Video vorstellen. Mach mal eine Art. Eine Dünne, Papa. Gräbrezept. Eier, Milch, Vanille, Zucker, Prise Salz. Papa. Du bist cool. Schau mal, deine Geburtstagstorte. Cool, cool, cool. Unsere Geburtstagstorte. Papa. Hm? Die Phyllis... Papa. Die Phyllis sind dumm, aber der Flummi, der ist dumm. Milet und Mama von Nathalie. Papa, mach mal, Papa, machst du mal den Spruch? Ich liebe... Warte mal gleich, Maus. Liebe Mama, ich wünsche dir viel Glück. Chian, ich wünsche dir viel Erfolg. Lieber Papa, ich wünsche dir viel Erfolg. Das sind wir, die anderen. Und Milet. Liebe Milet, wir wünschen dir alles Gute und viel Glück. Super nett gemacht. Auch eine tolle Idee. Danke euch zwei. Papa, die Phyllis sind dumm, aber der Flummi ist dumm. Das macht ja gar keinen Sinn in deinen Satz. Also, ich hoffe, euch hat es dir gefallen mit den Sachen da. Und, ähm... Wo ist das denn? Was? Wo haben wir das ausgepackt? Mannheim. Die Sachen aus Mannheim haben mir gut gefallen und, ja... Mir gefällt es halt, was ich hier schön gekauft habe und verschiedene Sachen und so. Au, ja. Wir haben doch was vergessen. Wir haben da so einen Korb bekommen. Ich weiß nicht, was da alles schon rausgefallen ist. Das war auf jeden Fall auch noch mit dabei. Ja. Und wir danken an den Schenker. Da kann ich leider nicht rauslesen, von wem es kommt. Okay, also das war's. Ja, vielen Dank für die tollen Sachen. Fan-Treffen in Mannheim war auch total nett und witzig. Und, ja, jetzt kommt noch Köln und dann machen wir weiter mit der ganz normalen Fan-Post-Fan-Pakete. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.